Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema Dein Denken bestimmt dein Ergebnis. Gottes Wille für sie ist, dass sie eine gute Lebenseinstellung gewinnen, mit der sie ihre Ziele erreichen. Bobby Schuller zeigt ihnen drei Schritte, wie sie mithilfe der Bibel etwas Übung und vor allem mit Gottes Kraft ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen können. Erleben Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, der Gottesdienste ermutigt, verbindet und berührt.